Ja, noch die Mie dahintersteh' wahrscheinlich nicht. Ja, was ist das? Franzis! Na, ich geh' nicht, lass' zu ihm durch. Grrrr! 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 Ach so, was du's, das ist... Grrrr! 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 Er hat Essen gefunden, das ist wichtig. Kommunikation nennt man sowas. Grrrr! 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 Manuela! Grrrr! Grrrr! Manuela! Schau her, ich kann das jetzt nicht so... Schau her, ich kann das nicht so laut sagen! Ja, aber wenn ja... Dann kommt es ja... Aus den Schwester schon? Ja... Entschuldigung! Du, wir haben allein ein paar tausend Autos! Du, wir haben allein ein paar tausend Autos! ... ... ... ... ...